Und zwar sind die hier. So, okay. Boah, ich muss Gurke anpflanzen. Die Sachen haben wir jetzt alle schon. Die ist auch. Ähm, Frühling, Sommer. Ich weiß nicht, ob das so passen würde. Weil Weizen haben wir schon, oder? Weizen ist da drüben schon, ja. Lila Mais haben wir auch. Das ist Sommer, Herbst. Der braucht halt einen Tag. Mensch, wer würde ich den noch dazu packen? Das heißt, wer kriegt's? Äh, Kichererbsen Kürbis Linsen und da Roggen war's, gell? Alles klar. Muss ich nur schauen, geht sich das aus, dass der da... Hä, 16, 17? 13, 15. Also, er steht falsch. Ja, sag ich ja 1517. Ja, aber dann steht die falsch, oder? Und er? Ah, okay. Ja, dann müssen wir den oben auch noch hindern. Ja, gehört auch geändert. So, 1517, warte. Und 1517. Und der unten ist auch 1517, oder? Ja, sehr gut, passt. Oh, der hat jetzt nichts zu tun. Okay, ich bin ehrlich gesagt... Zucchini und lila Mais. Ich würde die Sprinklader gerne wieder rausnehmen. Ich würde die Sprinklader gerne wieder rausnehmen. Ich würde nicht schupen. Ich würde mich gerade wieder rausnehmen. so und die gehören alle wieder gegossen alles klar bei denen bin ich mir unsicher also zuerst waren schon 15 minuten 20 also ich glaube dass es wirklich nur sinn machen würde und Mann, der... Ich... Ja, ich weiß es, aber... Kannst du, Mann, ich weiß nicht? Ich weiß es nicht. gut alles klar dann haben wir nachher noch was zu gießen die vorne macht er das passt ich warte mal ich brauche hiervon ich habe davon gerade mal 66 da muss ich schauen dass ich danach etwas anpflanze ich glaube ich habe nichts wo ich so trauben kriegen würde muss ich gleich noch mal schauen und vor allem wie viel das ich brauche muss ich aufschauen so ich brauche bauerngenossenschaft 400 kriege ich da irgendwo was runter kann man nur die ruten also sehe ich jetzt nichts das heißt ich müsste erst mal hier anpflanzen kurke bevor sie weg ist ich brauche davon 260 ja dann let's go so so haben wir auf jeden fall noch zu wenig diese kommen da gleich wieder welche rein oder dazu so so wie viel haben wir unsere 50 ok ja dann müssen wir schauen dass man da auf jeden fall noch mehr dazu kriegen aber das wird sich mit der reihe wahrscheinlich ne geht sich noch nicht aus das heißt ich brauche hier noch und zack wir hätten es so gibt es jetzt irgendwas wo ich sage ah die würden jetzt wieder sein ja dann pflanzen wir die wieder an die brauchen zwar zeitlang nein nein punk punk da unten so hopp 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 gleich wieder hoch gleich wieder hoch da haben wir angefangen so ähm die brauchen fünf stunden so 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 okay hätte man vielleicht noch was so 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 gut ja dann lassen wir nur die einen das ist alles hier rot die sachen brauchen alle noch ja zahlt sich jetzt eigentlich auch erstmal nicht aus weil sowieso gleich wieder jahreszeitenwechsel ist aber wir schauen mal wir nehmen noch das mit was wir kriegen können und es passt wir sind dann gleich wieder wunderbar drüben müsste ich auch mal ach so ne das habe ich noch gar nicht gekauft das stück land es geht glaube ich so schneller selbst das sind rute ja da haben wir jetzt genug okay ja es ist alles soweit dahin habe ich was vergessen zu gießen soweit ready dann gehen wir die bäume machen das passt glaube ich nie ja nehmt ihr die jetzt da mit ich frage es nur bis wann die das machen wir haben wieder okay grüne paprika haben wir grüne paprika grüne paprika haben wir nicht ein hohen das ist hier oben ja gut dann gehen wir das gleich wieder so machen die nehme ich mit da hatte ich nehme die drüben auch mit so die hühner die haben wir fertig sehr gut die 30 klatsch moon kann man auch direkt fertig das heißt da brauchen wir nicht drauf warten jetzt müssen wir dann nicht mehr warten die zu viel in paprika in saison sind alles klärschchen die nehmen wir noch mit und dann passt das alles andere ja ist jetzt nicht okay ich fange wieder von hinten an und wir arbeiten uns nach vorne mal so 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 dann müsste man eh dann schon wieder gleich mal in die Stadt ich sehe, wird hier schon wieder alles voll sehr gut wunderbar gut, dann nehmen wir als erstes die da unten mit siehste, die brauche ich jetzt war blöd von mir, dass ich die eingesackt habe sind zwei fertig na gut, dann soll er das machen? nehmen wir den einen unten halt müsste ich umstellen dass er dann die rankommt wäre jetzt an und für sich nicht das Problem die waren eh nicht so Wenn das das trotzdem rot ist, finde ich komisch, wir hätten ruhig blau sein können. So, hier unten ist dann eh nichts mehr. Okay. Dann schauen wir noch mit den Blumen da oben, wie es aussieht. Die werden wir wahrscheinlich auch beide mitnehmen können, gell? Ja, okay. Gut. Ach, Manno, wieso vergesse ich jetzt in letzter Zeit immer wieder auf den Dank? Gibt's doch nicht. Okay, dann. Sind die fertig? Dann nehmen wir die Bäume noch. Oh, der erntet schon. Sind die schon ready? Wie? Ja, echt? Okay, muss ich schauen. Nur mal der Teil. Ja, gut. Dann können wir hier unten alles noch weiter mitnehmen. Oh, den habe ich jetzt. Wie übersehen, da hätte ich ein zweiter vorne anfangen können. Na gut, macht ja nix. Die haben ihn trotzdem mit. Boah, es wäre hier trotzdem cool gewesen, wenn die das wirklich mitgemacht hätten. Aber leider. So, die sind nicht. Die nehmen wir mal wieder mit. Die Lamas, ich finde die ist toll. Oder Alprakas sind ja im Grunde genommen. Lamas. Aber das ist süß, die klingen nicht immer so süß. So, jetzt bin ich am überlegen, wollen wir die Tiere trotzdem mitnehmen. Ich würde schon sagen, oder? Und Schafe, ja, nehmen wir alles mit einfach. So, die brauchen halt dann, wenn wir sie brauchen, wieder sechs Stunden. Bittereinhalb. Aber was wir mitnehmen, nehmen wir mal mit. Umso mehr Diamanten kriegen wir wieder. So. Hoppla. Schein, das machen wir noch. Und dann schauen wir mal, ob oben wieder irgendwas zu machen ist. Zwecks gießen, oder? Ähm. Wer ist es jetzt? Oder zum ganz normal abnehmen. So. Gut, Schweindies. Wie schaut's bei euch aus? Futter kriegt's natürlich. Die sind eh dann noch nicht. Gefütterte Sense. Sieht gut aus. So, wir sitzen aus. Da ist jede Menge zum Gießen. Falschseite, die Seite. Die Seite. Was pflanzt du da jetzt an? Die Linzer. Okay. So. Ja, dann gehst du mal durch. Naja. Vielleicht geht es sich aus dann mit dem Gang. Dass wir diese Reihe noch runter schaffen. Und vorne dann auftanken. Oh, gut. Die sind dann schon. Na dann. Vielleicht brauchen die da noch. Zwei Minuten. Okay. Okay. Oh, die sind auch ready. Ähm, weg. Ich bin zu schnell. Merke ich schon. Dann gehen wir so ein bisschen langsamer an. So. So. was. So, hier noch mal. Dann, glaube ich, müssen wir nur mal auf ihn warten, gell? Wenn er fertig ist, müssten wir dann fertig sein, auch mit der Quest. Ja. So, die machen wir. Die nimmt er nämlich nicht mit. Und zack. Ich müsste mal schauen, vielleicht gibt es eine Liste oder so. Wo was produktiv ist. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht bei höheren, also was heißt höheren? Bei Feldfrüchten, die einfach länger brauchen. So wie zum Beispiel der Kürbis dauert einen Tag, bei dem vielleicht es produktiv wäre. Weil er dann nur mit zwölf Stunden braucht. Kann gut möglich sein. Aber bei kleineren Sachen oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na gut, na gut, na gut. Ja. Ich mache erst mal ganz flott ein Präuschen. Und fühle mich jetzt dann eh gleich weiter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank und bis dann.